Servus, ich habe heute wieder ein Auspackvideo für euch, Überraschung, es gibt wieder Abendbrot und mal sehen was wir heute schönes machen, ich lasse es mal von oben reinschwebeln, heute gibt es Dosenfutter, übrigens ziemlich leckeres Zeig, was brauchen wir, eine Dose, Dosenöffner, Schlüssel für die Mikrowelle, wichtig ist bei einer Dose, kleiner Trick, schütteln, dann kommt es viel besser raus, ich habe hier noch einen ganz einfachen Büchsenöffner mit Hand, das ist nämlich viel cooler als irgendwas elektrisches, so, Decke auf und rein da Zeug, sieht ein bisschen aus wie frisch gekotzt, aber schmeckt eins, ah, sag ich euch, kleiner Trick, dann noch, Schlückchen Wasser, dann passt alles rein, so, ich wünsche mir guten Appetit, bis demnächst.